Schlafgut. Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Der kleine Leopard hat eine Frage. Der kleine Leopard war sehr, sehr neugierig. Ununterbrochen stellte er Fragen. Welches ist der beste Platz im Dschungel? fragte er die anderen Tiere. Die Äste mit den vielen Blättern, sagte das Faultier. Das schattige Flussufer, sagte der Elefant. Die Bäume mit den Früchten, sagte der Affe. Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer, dachte der kleine Leopard. Jeder gibt mir eine andere Antwort. Als er nach Hause kam, hatte seine Mutter ihm ein Bett aus frischem Moos und Blättern bereitet. Der kleine Leopard sprang hinein und rollte sich zusammen. Und? Hast du den besten Platz im Dschungel gefunden? fragte seine Mutter. Mit einem Mal wusste der kleine Leopard die Antwort auf seine Frage. Ja, das habe ich, antwortete er und kuschelte sich in sein Bett. Ich dachte, jeder hätte mir eine andere Antwort gegeben. Aber eigentlich haben alle dasselbe gesagt. Der beste Platz im Dschungel ist zu Hause. Der beste Platz im Dschungel ist zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020